Moin Leute, was geht da? Mein herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Black Ops Kornohr. Nice. Let's go. Hier. Pass auf, die kommen bestimmt. Was? Ja, komm. Boah, was? Ja, natürlich, klar. Von hinten wieder. Komm, mach mal die... Hier. Aha. Daneben. Danke dir. Bester Mann. Dankeschön. Das nenne ich mal nice. Was ist denn das jetzt hier? Ey. Weil du klapperts wohl oder was? Wo ist der hin? Ist der hier? Weg ist er. Ja, komm, weg mit dir. Du hast keine Chance. Komm mal hier. Ich bin auch noch da. Ja, weg mit dir. Oh, was ist denn da? Der hat sich mit Weaver weggespringt. Aber komm, wir machen mal Stellungssicherheit. Komm her. Zack. Na. Oh, Junge. Geh kaputt, Alter. Boah, was? Junge, der hat da was. Oh. Meine Fresse. Zeit, ich will nochmal draußen aufrufen. Guck mal hier. Was ist mit dir? Mann, jetzt läuft der wieder hier. Länderspiel hier. Was? Oh, du bist ein Peser. Alter. Ups. War natürlich nix. Was mache ich denn? Was? Na? Oh, den hier. Freunde, wo seid ihr? Na, kommt da einer? Die sind von hinten. Ach, scheiße. Was machen die eigentlich? Ja, nimm mal das hier. Zielen kannst du auch nicht. Ja. Junge, kommt zur Seite mit dir. Was ist denn hin? Oh. Boah, da hat wieder so ein Granatenwerfer. Meine Fresse. Boah, da warst du weg. Ah, ich werde langsam ein bisschen ungeduldig. Was war das hinsetzen hier? Sonst geht das nicht. Na? Ja. Null. Äh, äh, äh. Was? Nix da. Ja, komm, Junge. Geh nach Hause. Ja. Schmeckt dir das? Das schmeckt mir auch. Boah, das ist schade. Junge, was ist mit dir los? Werfe Granate. Äh, äh, äh. Was machen wir jetzt mal? Werfe Granate. Ja, komm. Ist doch scheiße. Hör, wie er rausguckt. Kennst du sein? Granate geht raus. Geh, bitte kurz raus. Granate geht raus. Ach, scheiße. Leck mich doch. Werfe Granate. Wo ist er? Oh, Junge, da bist du da. Komm, sind wir da. Werfe Granate. Ach, komm, Junge. Da hat er eine schöne Granate geworfen. Da kann er nicht sein. Hat er an uns stimmen. Ich vermisse. Oh. Oh, Mensch. Oh, verdammt. Na klar. Das können sie gut von hinten. Können sie immer gut. Was? Komm. Junge. Oh, was? Zwei, Alter. Stimmt mit euch nicht. Also, ich glaube, es geht ja nicht für manche nur um Punkte. Ja. Nice. Das war jetzt echt unüberlegt. Ich dachte mir so, gönn's die mal, aber... Ah, scheiße. Dieses komische... Ja. Ja, genau. So ist das also. Na, kommt da. Jawoll. Granate geht raus. Was? Wo? Was? Wie? Ach, komm, Junge. Was ist denn dein Ernst? Was ist dein Ernst, Alter? Fahrt mich in Luftpatrouille rein. Na los, lass ihn rein. Boah, Junge. Das stück mir nicht. Meine Fresse. Schöne Granaten. So. Na? Scheiße. Leck mich doch. Äh. Oh, ja, zwei. Man, ist doch ätzend. Boah, was ist denn jetzt hier los, Junge? Was? Granate geht raus. Hm? Ach, scheiße. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ja. Oh, was? Der hat gewartet, bis der fertig war. Hm. Machen wir mal den. Na, Halmangriff auf die Übermittlung. Koordinat. Ja. Ich hab meine Mülltonne festgehangen. Super. Ganz drin. Das geht aber gar nicht. Ach, scheiße. Wir haben eine Granate mal nach. Ah, scheiße. Das so echt kaum Chancen da, ähm, ja, genau, knall mich klar ab von der Ecke. Ich bin geboren, werde ich tot töten. Jetzt aber. Oh, von zwei Seiten. Das ist doch kacke. Was ist denn das hier? Oh. Ne, Waffe. Oh, was? Hab ich, konnte ich nicht mehr schießen, oder was? Mal leer, oder was? Anscheinend. Ja. Wo ist der? Wir verstehen... Was? Boah, dann machen wir mal ganz schnell hinter dir. Ach, Dreck doch. Ja, gehen wir da raus. Ja, weiß ich, wie soll ich nicht gewinnen? Was für Lüse, Alter. Ist aber echt gut, die Meister hier. Die haben echt drauf. Ja, schmeckt das mir. Ja, schön aufgeräumt erst mal. So muss das sein. Ja, schmeckt das. Oh, das kann ich sein. Ich hab nicht eintroffen. Äh, der, 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 der. Ergert mich, das. Boah, der Gau. Ich werd keine Luft gejagt. Oh. Werfe Granate. Ah, scheiße. Ja, so. Ich dachte, der ist nicht um die Ecke. Hier. Boah. Ich hab da ran gespreadet, Alter. Unerfolgt. Ist echt krass, Alter. Werfe Granate. Lokalisiert. Stellung wurde gesichert. Feindliche. Ja. Oh, das kann ich sein. Da, da, da. Ja, so gefällt mir das. Da war er weg. Oh, jetzt haben wir mal den. Ah, scheiße. Ich war am drücken. Zählt nicht. Ich bin wieder echt. Immer schön frei. Immer schön frei. Oh, was von der Seite wieder. Jetzt. Jawohl. Das geht um ein. Oh. Ja. Nächster. Nächster. Weg da. Weg da. Scheiße. Oh, meine Hilfe. Weg da. Weg da. Ich drücke. Mir passiert nichts komisch. Werfe Granate. Stellung wird umkämpft. Oh. Äh. Okay. Das war jetzt nicht so geplant. Das war jetzt geplant. Das war jetzt geplant. Das war jetzt geplant. Ja, komm. Komm, komm. Mach den Platz. Mach mal eine Likoppe. Oh, komm mal. Okay. Okay. Ach komm. Geh da raus jetzt mit deiner Mama. Ja. Ja. So schmeckt mir das. Ja. Guck mal. Das sieht auch richtig gut. Oh nein. Nein. Haben wir denn geschossen? Lade nach. Ja. Oh, Junge. Hat der aber nichts gemütlich. Ist trotzdem geschoben. Hi, 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 hi. Ja, dann musst du mal tun. Kommt. Ich hab den um die Ecke geslugen. Ich hab mich auf den einkonzentriert. Ähm. Was? Nice. Aber trotzdem richtig gut. Richtig gut fand ich. 5178 Bonus. Okay. Dankeschön für den Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.